Starter in der Bahn, Maurice Tebbel. Wir machen das jetzt hier live mit der Parcours-Besichtigung. Maurice Tebbel, gestern gewonnen, fehlerfrei in der Führung mit 50 Punkten. Mit einer guten Platzierung hier ist er schon ganz weit vorne weg, wenn es morgen um die Medaillen geht. Also, es geht los, auf der linken Hand. Sprung 1 ist der Aussprung der Kombination. 1,25 hoch, 1,30 breit. Er reitet ihn schon schräg an, um Zeit gut zu machen für Sprung Nummer 2. Jetzt ein neuer Sprung Nummer 4,10. Jetzt geht es weiter, rasant gewendet auf den zweiten Sprung des ersten Umlaufs. Jetzt Nummer 3 im Stechen. Dann geht es in die Kombination 6AB. Er geht volles Risiko. Maurice, und bis jetzt reitet er hier wie vom anderen Stern. Alles gut gelaufen. Dann geht es weiter in die 7A, zum Sprung 7A, Sprung Nummer 4 im Stechen. Rechtsrum neuer Sprung, der letzte Sprung von der anderen Seite. Sprung 15 und jetzt Ziel gerade nach Hause. Sprung Nummer 15. Hervorragend geritten. Die Zeit 37,25. Ich behaupte mal jetzt hier ganz frech, schneller geht es nicht. Da sage ich jetzt mal einfach so, fehlerfrei 37,25. Er hat alles riskiert, kurze Wege geritten, alles vom Feinsten getroffen. Die Sprünge, die Linien. Ich meine...